Wir freuen uns heute Stefan Rusconi von Rusconi, dem tollen Cestrio hier zu haben, der seine neue CD und natürlich auch LP vorstellt. Stefan, kochst du gerne? Ja. Aber das zieht es dir ja nicht unbedingt an. Ja, ich koche gerne und wenn ich unterwegs bin, dann sagen wir so, ich esse sehr gerne gut. Auch italienisch? Auch italienisch, ja. Ich habe gerne schlichte Küche, so ehrliche Küche, italienische Küche, empfinde ich so. Ich bin jetzt nicht so ein Soßentyp. Ja, aber du kochst auch gerne. Ich frage wegen dieses Küchenprojekts, was du machst. Aha, das stimmt, natürlich, ja. Also wie man darauf kommt, frage ich mich. Ja, genau. Es ist schon, ich finde, da geht es ja darum, ich suche einen Klang einer Küche oder so wie ein Fingerprint, eine Atmosphäre versuche ich tonal einzufangen. und da ist es einfach für mich, die Küche ist für mich ein guter Ort, um zu sehen oder ist ein Ort, wo einfach viele Leute sich immer wieder treffen. Es ist ein zentraler Ort in einer Wohnung, in einer Familie oder in einer WG und ja, ich finde, da kann man viel draus rauslesen. Also da gibt es, ich war zum Beispiel mal in einem besetzten Haus, das ist eine Küche, das ist eine Küche, ein Sammelsurium an tausend Pfannen und Messern und Tellern und Maschinen und Geräten und so. Und in einer Industrieküche, in einem Hotel in Slowenien, ist es, das ist alles Chromstahl und alles viel, ja, die Klänge sind ganz anders. Vielleicht ganz kurz, du hast seit 2011, glaube ich, dieses Projekt begonnen und sammelst quasi typische Geräusche, die in der Küche entstehen. Ist das eigentlich dann eher als Sinnbild für vielleicht zu Hause oder für Geborgenheit oder Heimat, diese Geräusche, wenn du sagst, da ist jeder oft in der Küche. Ja, ich finde einfach, man sieht sehr viel, also es ist fast schon intim, eine Küche eigentlich, ist ein Raum, wo eigentlich sehr viel erzählt wird vom Kontext, wo ich mich drin befinde. Also eben je nach Situation, wie viele Menschen da leben oder was der Mensch für ein Leben hat, erzählt mir die Küche sehr viel. Du hättest es auch das Badezimmer nehmen können. Ich hätte auch, ich weiß nicht, ob das Badezimmer mir auch so viel erzählen würde. Oder ob du dich Geräusche überhaupt hören möchtest. Das stimmt, vielleicht auch so, das stimmt, das stimmt. Das ist doch Küchengeräusche, das ist doch angenehmer, denke ich. Das ist absolut. Also ich finde auch, ich habe zum Beispiel mal noch in Kloster in der Schweiz eine Küche gemacht, aus einem alten Haus, aus dem 16. Jahrhundert. Und da waren halt, da gab es halt nur Holztöpfe und Kellen. Und der Herd war natürlich ein Ofen und es gab halt viel, irgendwie noch gegossenes Eisen und so weiter. Und das ist eine ganz andere Klangfarbe. Ich mache eigentlich Tracks draus. Soll das dann auf CD veröffentlicht werden? Oder kommt das ins Museum? Ja, ich mache dann immer noch mit meiner Lumo, mache ich dann noch Bilder davon und versuche so eine Assoziation, so einen Moment, so einen Eindruck noch einzufangen. Es muss gar nicht unbedingt so ein formuliertes, präzises Bild sein, so das ist die Küche und ich sehe jetzt alles. Und das zusammen ist für mich das Werk dann, die Musik oder das, was ich da bastle, entstehen lasse und das Bild. Aber es ist ja eigentlich etwas ganz anderes, als du mit deinem Trio Rosconi machst vom Ansatz her. Das stimmt, ja. Das ist ja eher so Konzeptkünstler oder... Ja, ich mag es einfach. Ich habe irgendwann mal, als ich so vor 15 Jahren Musik studiert noch habe, war es wie bei vielen, glaube ich. Ich habe in zig Bands gespielt und war mit sehr ähnlichen stilistischen Bands, war ich dann sehr viel unterwegs und habe irgendwann mal gesagt, das interessiert mich nicht so sehr. Mich interessiert eigentlich immer, ich möchte ein Ding in eine Richtung, dafür verschiedene Richtungen. Ich habe da wie irgendwie plötzlich so eine andere Einstellung zu, oder es wurde klarer für mich, was ich suche in der Musik auch. Ich möchte jetzt nicht viermal eine ähnliche Band wie Rosconi haben. Deswegen aber auf dem neuen Album auch komplett unterschiedliche Tracks. Also ich dachte wirklich, was ist passiert. Ja, in dem Sinne widerspreche ich mir natürlich hier ein bisschen. Also es ist ganz klar, Rosconi ist für mich die zentrale Band. Fabian und Claudio, das sind die zentralen Musiker, wo ich mich entwickeln kann, wo wir zusammen etwas entwickeln können. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass, hey, wir haben es so gut seit vielen Jahren. Wir haben schon viele Alben produziert, viele Konzerte gespielt. Wir hatten Ups und Downs, wir hatten größere Labelverträge. Dann hatten wir aber auch wieder Rückschläge oder Dinge, die nicht funktioniert haben. Und die Band, das Trio, das ist da, das ist ein Fact. Und wieso sollen wir da nicht auch einfach richtig mal noch mehr auftun und sagen, lass uns einfach alles probieren mit dieser Band, wo wir Bock drauf haben. Und das habt ihr dann einfach auch nochmal aufgenommen und veröffentlicht. Genau, genau. Was andere zum stillen Kämmerchen machen, habt ihr gedacht, damit gehen wir in die Öffentlichkeit. Ja, ein bisschen sowas, genau. Also das ist ein Prozess, der dauert jetzt schon seit vielleicht drei, vier Jahren. Und ich denke jetzt schon, auf diesem aktuellen Album hörst du das natürlich am deutlichsten. Das stimmt sicher. Also als ich Track 1 gehört habe, dachte ich, ich habe die falsche CD eingeladen. Bin ich nochmal hin und habe geguckt. Ist es auch die richtige? Ja, es steht drauf. Ein Brennfehler oder so. Ja, oder vielleicht irgendwie so noch die CD von der Band davor. Genau, genau. Da habe ich jeweils gehört und dachte ich, drei, also. So konventionell kenne ich euch ja eigentlich auch nicht. Also ich war doch etwas überrascht, muss ich sagen. Ja, mir auch, kann ich dir sagen. Also als wir das ganze Album dann auch für uns so als Bogen mal durchgehört haben, war es auch für uns. Also es ist sehr farbig und für uns jetzt verspielt und für uns interessant. Ich sehe, ich höre dann im ersten Stück, Claudio singt, spielt akustische Gitarre, also so folkig. Und ich entdecke da auch Claudio neu. Und das Spannende ist, wenn Claudio dann sich wieder ans Schlagzeug setzt, an einem Konzert zum Beispiel. Das bewegt sich. Das ist nicht einfach nur dieser... In anderen Bands sehe ich total diese Energie, die man aufbaut an seinem Ort, mit seinem Instrument, über den ganzen Abend. Wir suchen ein bisschen was anderes. So eine andere Art von Lebendigkeit. Und aber von Pink Floyd wart ihr auch schon sehr beeinflusst auf dem Album, oder? Ja, ich denke, das ist... Also bei einigen Tracks nicht. Ja, ja, nein, nein. Wir haben ja gesagt, das ist komplett unterschiedlich. Aber auch bei einigen Tracks dachte ich nur so... Absolut. Wie sind das jetzt Cover-Version? Ja, so, ja. Ne, das stimmt schon. Und vor allem Fabian, der vor etwa zwei Jahren die Gitarre entwickelt hat, die elektrische. Und der... Er sagt mir dann jeweils, ich habe keine Ahnung, was ich hier spiele und so. Also es ist ein bisschen übertrieben, aber... Oder untertrieben. Aber... Aber... Und dann ich, das ist genau so, wie es gut ist. Also es ist... Es kommt sehr aus dem Moment, aus einer langjährigen Beschäftigung mit Musik, aber dann im Moment aus sich. Und das ist schon für uns, auch mit diesem... Ich habe mal ein Stück, wo wir Instrumente tauschen. Das ist für uns schon spannend, zu sehen, wenn jetzt, wenn ich auch für mich als Musiker, ich habe jetzt viele, viele Jahre vor, vor, hinter dem Klavier verbracht, mich mit Musik beschäftigt, ich höre viel Musik, was passiert, wenn ich, ja, wenn ich mal was anderes in die Hand nehme. Oder singst. Oder sing, oder so, genau. Was gar nicht so schlecht war. Dankeschön. Also das ist... Also wir... In dem, was wir dann tun, das tun wir dann schon häufig. Also so... Es ist vielleicht nicht so ein Übprozess, jetzt auch in meiner Stimme drin, aber die Beschäftigung mit der Stimme und dem Text oder so, das ist etwas, was mich dann schon nicht nur einfach so kurz am Konzert mal interessiert. Also von dem her, da entwickelt sich schon was, aber es ist nicht so dieses Studierte, Gelernte. Und habt ihr denn jetzt herausgefunden, was eure Richtung sein wird wieder oder was euch am nächsten ist durch diese verschiedenen Stücke? Ja, so kann man es sehen. Oder geht es so weiter? Ja, genau. Ich habe mir das gar nicht so überlegt. Ich kann jetzt nicht sagen, wo es hingeht. Wir nennen für uns jetzt mal einfach die Musik Modern Creative Music. Also moderne Musik aus dem Heute irgendwie beeinflusst von was wir sehen, was wir hören, was wir sagen möchten. Auch jetzt mit der textlichen Ebene, was ich schon sehr spannend finde, dass das jetzt auch bei uns ein Thema ist. Stilistisch... Für mich hat die Platte schon einen Bogen. Es ist schon unsere Band, es ist schon unsere Musik und ich denke, so vielfältig kann das weitergehen oder wird das höchstwahrscheinlich weitergehen. Bist du denn als Mensch schnell gelangweilt? Nein, ich bin nicht schnell gelangweilt, gar nicht. Ich bin auch sehr gerne lange an was dran. Aber ich mag es bunt. Ich mag verschiedene Welten. Wir werden auch mit Rusconi einen zweiten Film in der Schweiz jetzt Musik für einen Film machen. Wir machen in Schweden ein Projekt mit Tanz, wo wir zusammen mit der Chefin, der Choreografin dieser Tanzgruppe versuchen, gegenseitig auch künstlerisch in die Zustände reinzureden oder sich auszutauschen darüber und sie auch. Also wir haben gegenseitig auch gesagt, lass uns das mal so versuchen, dass es nicht immer nur, dann gibt es die Musik und dann gibt es Tanz dazu und jeder macht so sein Ding. Sondern die Anforderung vielleicht auch, die Tanz eigentlich an Musik hätte, die aber nie erfüllt werden, weil die Komponisten sich damit nicht beschäftigen. Ja, oder einfach, es ist auch ein Luxus. Wir nehmen uns zusammen Zeit, was zu entwickeln. Ich meine, das gibt es im Tanz ganz sicher auch. Kannst du dann zwischendrin auch mal, damit du das spürst? Also es ist ein vertikaler Tanz, das ist ziemlich etwas Spezielles an der Wand. Das ist ein 30 Meter hohes Silo in Schweden, in Istanbul. Ja, ihr Schweizer, ihr könnt klettern. Das haben wir auch gedacht. Perfekt. Das haben wir auch gedacht. Ja, mal schauen. Also wir werden an der Wand auch tanzen. Mal so weit. Ja, cool, aber mit Sicherung irgendwie. Ja, ja, das ist alles dann, genau, das hast du natürlich. Versteht. Nee, nee, das ist gesichert. Hast du dir denn in den Bergen geübt oder kommst aus Zürich? Bist du auch in Zürich-Stadt aufgewachsen oder kommst du vom Land eher? Ja, nee, ich komme aus Zürich, aus der Stadt. Und Fabian auch. Wir sind fast Nachbarn, also ein paar hundert Meter auseinander. Haben uns als Kinder nicht gekannt. Haben aber Schulen, die gleichen Schulen, irgendwie so die Primarschule heißt das da, an der Unterstufe in der Schweiz, haben uns eigentlich, hätten uns kreuzen können, so auf dem Spiel, auf dem Pasenplatz, Spielhof so. Und Claudio kommt aus der Innerschweiz. Also Claudio hat sicher noch einen vielleicht natürlicheren Bezug zu den Bergen als jetzt ich und Fabian, aber Fabian und ich sind beide große Bergfans. Also wir sind auch viel, wenn es geht, auch einmal im Jahr länger in den Bergen unterwegs, zu Fuß. Das ist ja was ganz Besonderes, wenn man irgendwie oben auf dem Berg steht und manche fühlen sich klein, manche fühlen sich ganz groß. Das ist, gibt ja jedem etwas anderes. Was bedeutet das für dich, die Berge? Ist das Freiheit? Ja, ich empfinde es jetzt nie einengend. Also ich kenne natürlich auch viele Geschichten von Schweizer Autoren, die sich mit Bergen oder mit dieser Situation beschäftigen, auch hinten in einem Tal zu leben zum Beispiel. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn das ein Zustand ist, dass man da sicher auch andere Zustände, dann Emotionen in einem hochkommt. Aber für mich sind die Berge schon eine sehr starke Verbundenheit zu diesem Land, wo ich herkomme. Und bedeutet für mich dann da Freiheit. Das Land selber bedeutet für mich aber nicht nur Freiheit. Also da wird es dann ein bisschen komplizierter. Vor allem jetzt im Moment, wie fühlt es sich an, Schweizer zu sein im Moment? Ja, ich sitze hier in Berlin auf einem vielleicht deutschen Sofa mit einer sicher deutschen Frau. Es geht natürlich um die Tradition der Schweiz, Themen gemeinsam anzuschauen und darüber zu entscheiden. Und diese Tradition ist wichtig. Und die hat für mich und ich glaube für sehr viele Schweizer auch absolut die Berechtigung, weiter zu existieren. Und dann verliert man manchmal. Also ich habe verloren in dieser Abstimmung. Und das ist halt auch in dieser Geschichte der Entwicklung der Schweiz ist das ein Teil. Und dann hat aber die Schweiz auch immer wieder Lösungen gesucht und gefunden. Und das ist jetzt ein Prozess. Und dass das jetzt so ist, ich finde es schade. Ich finde es sicher eine verpasste Chance, auch ein anderes Signal zu setzen. Europa zu zeigen, dass die Schweiz Europa auch braucht. Und auch gerne in diesem Europa lebt oder ist. Und das Signal war jetzt ein anderes. Aber der Kern wird immer noch der sein. Und jetzt wird man Lösungen suchen müssen. Andererseits lieben wir ja eigentlich die Schweiz auf ihre Eigenständigkeit. Da hat man sie wieder mal gesehen. Aber natürlich nicht meine Eigenständigkeit. Das ist dann für die, die verlieren, ist das schon auch hart. Ich habe in Bremen, haben wir mit Rusconi am Tag der Abstimmung ein Konzert gespielt. Also Sonntag. Und am Abend war es dann klar. Und da haben wir gespielt in der Glocke. Und da haben schon einige Leute uns nach dem Konzert dann auch darauf angesprochen. Aber nicht Ausgebot oder so? Nee, gar nicht. Also wir sind ja auch, wir haben ja in Deutschland mit Rusconi. Das ist einfach fantastisch. Also wir kommen nun schon seit ein paar Jahren her. Wir haben nie Ablehnung oder hey, ihr nehmt uns Platz weg. Oder irgendwie, weißt du, es könnte auch so sein, dass die Szene sagt, jetzt kommen da diese von außen und spielen unsere Gigs und so. Also wir haben nie sowas gespürt. Wir wurden immer willkommen geheißen. Wir wurden immer... Aber ist die deutsche Chesszene so groß? Also wir sind doch dankbar über jeden Input und jeden Import, der uns gute Musik beschert im Chesszene. Ja, also es gibt in Berlin, in München, in Hamburg und so weiter, da gibt es Leipzig, Köln. Da gibt es überall super interessante Musiker-Chesszene. Und die Konzerte sind beschränkt, die Plätze und die Musiker sind das eine natürlich, das hat für uns auch immer gepasst. Und die Leute aber auch, es ist einfach, oder auch die Veranstalter, oder man ist einfach hier als Schweizer, ich wurde nie, auch in Berlin, es wurde nie irgendwas... Ich fühle mich sehr wohl und ich schätze das sehr. Im Gegensatz zu den Schwaben, die werden hier ja jetzt mehr gedisst als die Schweizer, glaube ich. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Es sind einfach zu viele wahrscheinlich... Also es braucht ja auf einer lockeren, humorvollen Ebene ist es ja auch, erlebe ich das schon auch, dass ich als Schweizer dann mal irgendwie, da gibt es schon einen Witz oder irgendwie einen Kommentar zur Farbe meines Deutsches und so. Vielleicht auch, weil wir natürlich mit Schweizer Musiklern erstmal DJ Bobo assoziieren. Ja, da könnte ich jetzt noch ein paar andere nennen. Ja, klar, Dieter und Boris. Ja, genau, die zum Beispiel auch, ja. Aber da gibt es zum Beispiel auch die großartige Sophie Hunger und dann gibt es... Wobei ich bei ihr selbst immerweise gar nicht an Schweiz denke. Komisch, oder? Ja, da müsste man sie jetzt fragen, was sie dazu sagen hat. Ja, die werden jetzt bei Schweiz überhaupt nicht eingefahren, zum Beispiel, also jetzt in Verbindung mit. Seltsam. Ja, aber natürlich gibt es auch andere, aber in Deutschland so in der Allgemeinheit sind die natürlich nicht unbedingt bekannt. Ja, ja, klar, aber das sind wir dann auch nicht. Also wir sind dann ja auch irgendwo in einem Segment, da haben jetzt einige Leute uns schon mal live gesehen, sprechen über uns, haben uns schon gehört. Ja, also nur um das noch kurz so einen Bogen abzuschließen, aus diesem Sinne oder aus dieser Perspektive oder auch dieser Wärme, die wir von Deutschland immer empfunden haben oder die uns entgegengebracht wurde, ist es schade, dass das Ergebnis so für uns jetzt als Faktum hier steht. Aber wir werden da eine gute Lösung finden. Vielleicht hilft ja die Musik. Ja, vielleicht. Und ihr habt schon wieder neue Themen, über die ihr singen könnt. Absolut. Oder spielen, je nachdem, wenn ihr jetzt ja wieder den Gesang da mit drin habt und Texte. Ja, das stimmt. Und wovon lasst ihr euch sonst inspirieren oder beeinflussen? Also bei mir ist es sicher sehr stark mein Umfeld. Ich habe viele verschiedene, auch da, wenn ich eigentlich jetzt so drüber nachdenke, es sind Theaterleute, es sind Mathematiker, es sind Musiker natürlich, es ist aber auch ein Koch da und es ist auch ein Autor und ein Anwalt. Und irgendwie das inspiriert mich sehr, diese Facetten des Lebens. Das heißt, wenn du jetzt eine Kindergärtnerin kennenlernen würdest, könnte es auch sein, dass du in Zukunft einmal eine Musik-CD für Kinder machst? Absolut. Also wir machen mit Ruskuri ein Kinderprojekt. Ah ja, das war jetzt so zufassig. Genau. Genau, da werden wir, das Ruskuri Kinder Orchestra wird da gegründet. Genau, und da werden wir zwei Konzerte haben und zehn Tage mit Kindern zusammen ein Programm entwickeln. Hast du selbst Kinder? Nee, Fabian hat drei. Das, wir sagen, es fühlt sich so an, wie... Kriegt jeder eins. Genau, kriegt jeder eins. Hat heute mal untereinander auch. Ja, und ihr prägt euch das, was euch gerade passt, das Kind mal versteht. Ja, und wenn du jetzt einen Weltraumforscher kennenlernen würdest, würdest du dann, oder einen Astronauten irgendwie Musik im Weltall konzipieren? Ja, das wäre super spannend. Lässt du dich wirklich dann auch von Menschen dahin gehen, beeinflussen ist jetzt das falsche Wort, aber vielleicht inspirieren? Also, ja, absolut. Also, ich meine, das wäre ja Wahnsinn. Aber da denken schon viele drüber nach, ein Konzert auf dem Mond oder so. Also, das ist schon ein Thema. Du kannst ja mal mit Matta von anfangen, da bist du offenbar relativ weit oben. Ja, genau. Ich glaube, Udo Jürgens hat das schon genügend abgedeckt, so Konzerte mit seinem Flügel. Ja, da gibt es, glaube ich, genug. Manche wollen auch irgendwie auf dem Eisberg oder... Prima. Dann bin ich gespannt auf die Tour, auf das Konzert im All und auf die nächste CD vor allem, das nächste Album. Ja, wir auch. Dankeschön. Danke. D.O. Feel, feel, feel.